Einfach Kontakte erstellen mit dem Only Insight System. Wichtig ist die E-Mail, die E-Mail ist das Präventionswerkzeug Nummer 1, anschließend können Sie beliebig die Kontaktfelder füllen. Die E-Mail gilt als Duplikationswerkzeug und wird nur einmalig im Kontaktmanagement benutzt. Nachdem Sie Ihre Kontakte eingegeben haben, gehen Sie einfach auf Speichern und der Kontakt erscheint sofort in KMS. Nachträglich können Sie jederzeit Ihre Kontaktdaten verändern, indem Sie auf das Feld Kontaktdaten gehen und über den Stift jederzeit in der Lage sind, die einzelnen Bestandteile zu ergänzen. Auf diese Art und Weise können Sie Ihre Kontakte beliebig erweitern und mit weiteren Informationen füllen. Das Ganze ist spielend einfach und bedarf keinerlei Vorkenntnisse. So können Sie sich ganz einfach auf die Erstellung von Kontakten innerhalb des KMS konzentrieren. Sie können Ihren Kontakten auch tags zuordnen, die dann später beispielsweise für die personalisierte Versendung von Newslettern interessant sind.